Herzlich willkommen bei Corncraft Knives. Mein Name ist David und ich baue seit über neun Jahren Messer in meiner Werkstatt. Und jetzt habe ich mein erstes Serientaschenmesser aufgelegt. Das kann ich leider nicht selbst in der Werkstatt bauen, weil dazu fehlen mir einfach die Maschinen. Ich habe keine professionelle Fräsanlage und deswegen habe ich mich mit einem renommierten Messerhersteller zusammengetan, der mir diese Messer fertigen wird. Wenn ihr das Messer noch nicht kennt, schaut mal unten in die Videobeschreibung. Ich verlinke euch das Vorstellungsvideo und ich verlinke euch auch die Seite, wo ihr das Messer vorbestellen könnt. Ich mache die Finanzierung nämlich über eine Crowdfunding-Aktion. Ich benötige ungefähr 25.000 Euro und die Hälfte dieser Crowdfunding-Aktionsphase, Vorbestellphase, die ist jetzt vorbei. Und wir haben ungefähr 65% des Finanzierungsbetrags eingesammelt. Ich glaube, wir stehen aktuell bei 16.275, jetzt wo wir das Video hier aufnehmen. Deswegen ein bisschen was fehlt noch und ich freue mich über jeden, der mich unterstützt. Und jeder wird dieses Messer dann zu einem vergünstigten Preis hier bekommen. Deswegen Win-Win für jeden, schaut vorbei und unterstützt mich. In dem Video hier soll es aber jetzt gar nicht so sehr um diese Crowdfunding-Phase gehen. Ich möchte euch nämlich den Weg zeigen von der Idee von diesem Messer bis zum fertigen Produkt. Und dafür liegen hier ein paar ausgewählte Prototypen, die mich auf dieser Reise begleitet haben. Und da schauen wir jetzt mal vorbei. Wer meinen Kanal schon länger verfolgt, der weiß, dass ich dieses Design des Messers schon seit einigen Jahren in der Tasche habe, in der Schublade. Seit 2017 ungefähr. Und dort habe ich dann auch das erste Mal diese Zeichnung, die ich hatte und das CAD-Modell, das 3D-Modell, das erste Mal in Stahl und Eisen gießen lassen. Gießen ist vielleicht nicht der richtige Begriff, weil das hier ist 3D-gedruckt. Ich hatte damals, hat ein Freund von mir in einer Firma gearbeitet, wo er Zugriff auf solche 3D-Metalldrucker hatte. Und der hat mir dann die erste Griffschale hier mal ausgedruckt von meinem Ursprungsdesign. Ihr seht, das ganze Ding ist echt groß. Also hier kriege ich mit meinen mittelgroßen Händen Handschuhgrößen 9 bis 10 alle Finger drauf und hinten würde noch mindestens einer drauf passen. Und weil das Ganze hier aus einem Stahl gefertigt ist, Vollmaterial, ist das auch ein bisschen zu schwer. Aber insgesamt hatte mir das schon gut gefallen. Klar hätte man die Bohrungen und so nacharbeiten müssen, aber der komplett gedruckte Frame hier, der funktioniert. Den hätte ich natürlich noch überdehnen müssen, damit er hier auch in die Klingenwurzel unten reingreifen kann. Aber so vom Grund her war das schon mal ein guter Anfang. Allerdings kamen dann einfach andere Sachen dazwischen, die mich dazu haben verführen lassen, dass ich das Ganze nicht weiter betrachtet habe. Ich war noch im Studium und ich hatte auch nicht die Maschinen, um so ein Messer selbst herzustellen oder habe es mir eher gesagt noch nicht zugetraut. Das Ganze lag dann einige Jahre bei mir. Ich hatte es immer wieder im Kopf, habe es aber dann nicht angegangen. Und letztes Jahr im Frühling habe ich das ganze Design hier nochmal überarbeitet. Man sieht, das hier ist jetzt letztes Jahr ungefähr im Frühling entstanden, dass das Messer kleiner geworden ist. Weil über die Jahre, wo dieses Projekt geruht hat, ist mir aufgefallen, dass ich das Small Sebensa und das Large Sebensa sehr, sehr mag. Aber dass mir irgendwie eine Größe dazwischen gefehlt hat. Und das ist genau diese Größe hier. Das Messer hier, was ihr hier seht, diesen Prototyp, das ist der erste, den ich wirklich gefertigt habe vom ganzen Messer. Den habe ich selbst gebaut. Ich wollte schon immer mal so einen Titan-Frame-Lock-Folder selbst bauen. Und ja, ich habe nicht ganz so die richtigen Maschinen in der Werkstatt, aber mit viel Improvisation hier hat es dann doch funktioniert. Dabei ist mir aber dann ganz einfach aufgefallen, dass das nicht in einem Serienmesser aus meiner Werkstatt kommen kann. Ich habe bestimmt 40 Stunden hierfür gebraucht und das ist dann einfach nicht möglich. Und die Qualität, sage ich mal, ich bin zufrieden für meinen ersten Frame-Lock-Folder. Es funktioniert alles. Aber ja, die Qualität, die möchte ich so einfach nicht rausgeben. Ich habe hier ein bisschen Lock-Stick drauf. Die Klinge ist zwar mittig, aber gerade auch der Cut-Out hier, der hat so eine leichte Kurve drin. Das ist einfach nichts, was meinen Ansprüchen genügt, was ich rausgeben möchte. Für mich selbst hatte ich das ganze Teil hier mal ein paar Wochen getragen, habe extrem positives Feedback bekommen. Jetzt zuletzt erst noch ein Messertreffen. Aber das Teil hier, das wird nicht verkauft. Das behalte ich auf jeden Fall selbst. Und ja, es war gar nicht so einfach, sich das alles so zu überlegen und selbst zu bauen. Vor allen Dingen die Schrauben hier zu bekommen. Ich habe jetzt hier Edelstahl-Schrauben, Muttern und Hülsen. Das sind hier Linsenkopf-Schrauben mit einem Inbus. Hier hinten Senkkopf, auch mit einem Inbus. Und auf der gegenüberliegenden Seite sind das dann nochmal andere Schrauben mit größeren Torx-Antrieben. Ich glaube, Torx 10 ist das. Vorne haben wir da eine Achsschraube. Die habe ich irgendwann mal auf einer Messerbörse gekauft. Ein bisschen zusammengewürfelt. Insgesamt habe ich aber versucht, alles schön einheitlich zu halten. Hat dann vielleicht nicht überall funktioniert. Aber insgesamt war ich dann doch deutlich zufrieden hiermit. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Als ich das Ding hier gebaut habe und gemerkt habe, okay, das kann ich in meiner Werkstatt so nicht fertigen, habe ich dann erstmals im Herbst letzten Jahres Kontakt zu Messerherstellern aufgenommen, die mir diesen Prototyp dann gefertigt haben. Und das hier ist der erste Prototyp, den ich in Auftrag gegeben habe bei einem Messerhersteller. Ja, das teuerste Messer aus meiner Sammlung, muss ich einfach so sagen. Und ich habe ihn um und um so an, verschiedene Chris Reeves. Und wer weiß, was die kosten, der kann sich auch dann ungefähr vorstellen, in welcher Price Range so ein Prototyp liegt. Das heißt, das ist alles nicht günstig. Und ja, da muss man schon mit einem gewissen Risiko in Vorleistung gehen. Deswegen bin ich umso gespannter, ob das Ganze hier dann auch was wird. Ich würde mich über eure Unterstützung freuen. Link zur Bestellung findet ihr unten. Und dieses Messer hier war dann der erste Prototyp, den ich dann einige Wochen, Monate selbst benutzt habe. Ihr seht auch hier auf der Klinge, trotz Stonewash, sieht man hier ein paar Kratzer drauf, ein paar große Kratzer. Denn ich habe hiermit von nichts zurückgeschreckt. Die S35VN-Klinge hier, die hat Schleifpapier in der Werkstatt geschnitten. Da musste das Messer überall durch. Und ja, das muss das ab. Das hat das abgekonnt. Es gab keine Ausbrüche vorne. Es war natürlich ein bisschen stumpf an den Stellen, wo es gebissen hat. Aber trotzdem hat das alles mitgemacht. Der S35VN ist, was das angeht, wirklich ein Top-Stahl. Bei dem Messer hier ist mir dann noch aufgefallen, ich wollte gerne mein Logo etwas größer haben. Ich finde das hier gerade in der Ecke etwas zu klein. Dann ist mir aufgefallen, die Daumenauflage hier auf dem Daumenpin, die mit dieser Treppe, war mir etwas zu scharfkantig. Und hier der T8 war mir auch ein bisschen zu klein. Das heißt, das wurde alles geändert. Dieser Schwung hier wurde auch geändert, weil ich den optisch nicht so überzeugend fand. Und in der Handlage hier hinten war das Ganze auch ein bisschen zu spitz. Das heißt, das musste auch geändert werden. Genauso wie Teile vom Clip. Der Clip an sich hat mir gut gefallen, denn der Deep Carry Pocket Clip hier, der braucht nicht zu viel Federkraft, dass der einfedern kann. Aber der geht richtig schön bis oben rein. Was jetzt vielleicht noch auffällt, ist, dass der hier aufgeschraubt ist und dass die Schrauben so leicht oben rauskommen. Und das alles, das sollte in dem nächsten Prototyp dann verbessert werden. Dann habe ich aber zunächst erstmal, weil die Dinger echt nicht günstig sind, das Ganze selbst als Prototyp im 3D-Drucker gemacht. Die Achsschraube hier, die dürft ihr jetzt nicht für voll nehmen. Die habe ich improvisiert, damit ich hier auch wirklich eine Achsschraube selbst dann erstmal verwenden konnte. Und ich habe hier hinten einen neuen Griffabschluss designt und insgesamt habe ich dann darauf geachtet, dass hier der Clip dann versenkt ist. Und dass insgesamt auch hier vorne, das muss ich vielleicht noch dazu sagen, genau, dass hier vorne dieser Bereich etwas noch kleiner geworden ist, sieht man hier im direkten Vergleich vielleicht ganz gut, dass man näher an die Klinge kommt und da noch mehr Kontrolle hat. Denn das Messer hier ist auf absolute Schneidfreudigkeit ausgelegt mit dem Hohlschliff. Wenn ich jetzt mal das letzte Design, das Seriendesign euch mal zeigen darf, dort sieht man dann, dass die Daumenauflage hier auf den Daumenpins deutlich flacher ist. Es ist nicht so scharfkantig. Es geht jetzt richtig schön auf. Wir haben ein T8 drin auf beiden Seiten. Das heißt, hier braucht man auch keine Angst haben, dass das irgendwie ausnudelt. Der Antrieb ist groß genug. Wir haben den Hohlschliff ausgeschliffen auf ungefähr 0,4, 0,45 Millimeter. Das heißt, das beißt richtig schön ins Schnittgut rein. Und was habe ich hier dann noch gemacht? Ich habe die ganzen Schraubstellen hier, die habe ich von der Griffverschraubung auf T8 gewechselt. Bei dem Messer hier waren die noch alle T6. Ich finde dann optisch die Schrauben auch nicht groß genug. Deswegen wurden die einmal im Durchmesser vergrößert und auch vom Antrieb. Den Clip, den habe ich jetzt komplett eingesenkt und auch mit Senkkopfschrauben versehen, sodass man hier schön den Hosensaum hochziehen kann bis genau hier oben rein. Das heißt, das Messer verschwindet dann auch richtig schön in der Hosentasche drin. Ja, Klingenstand ist schön mittig. Den Backspacer hinten dann noch mit ein bisschen Parillen versehen aus optischen Gründen. Und dann war das Messer, so wie ich es haben wollte, dann schon fast geboren. Eine Sache hat noch gefehlt, und zwar, dass ich hier diesen Cutout vom Frame-Lock, um den zu erreichen, ein bisschen optisch angepasst habe. Weil ich zeige euch mal genau den Unterschied. Der hier ist sehr rund. Und unten, der ist jetzt ein bisschen, ja, der geht hier in so einer Art Rundung, in eine Gerade über und hat hier dann nochmal den Guard nach vorne. Und ich finde ganz einfach hier unten diese Version persönlich finde ich besser. Ihr könnt mir ja mal in die Videobeschreibung reinschreiben, welche ihr besser findet. Aber insgesamt hat mir dann doch das hier deutlich besser gefallen. Ich zeige euch jetzt nochmal die beiden letzten Prototypen im Detail. Von vorne Show-Side und dann hier von der Lock-Side nochmal. Wir haben einen Steel Bar-Insert gehärtet, dass man hier möglichst wenig Verschleiß hat. Und ja, dann war das so die Geschichte hinter dem Messer, die Prototypen-Geschichte. Dann sage ich, ja, vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.